Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Atze! Atze! Till! Bist du wieder da, mein Herzblättchen? Bist du wieder da? Bist du wieder gesund gelandet? Komm nur her zu Mama an Busen. Ja, 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 ja. Jegliche Wärme wird angenommen. Seit zwei Stunden wieder da. Völlig verpeilt. Direkt in den Jetlag. Gefühlt gerade noch bei Sonnenschein auf der Park Avenue spazieren gegangen. Und auf der Film. Der Flieger hat uns ausgespuckt. Und jetzt sitzen wir hier und Spatzel und ich haben getrennte Strategien gegen den Jetlag. Wir haben uns, als sie sich heute Mittag direkt hinlegte, als wir wieder da waren, vor zwei, zweieinhalb Stunden, habe ich gesagt, okay, ab jetzt jeder für sich. Alles klar, ich habe verstanden. Du kriegst zwar tausend Tipps und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich tu dich mal hin, ich muss nicht schlafen. Ich bin ja ein harter, knallharter Brocken. Ich gehe erstmal spazieren. Ja, sicher. Und dann bin ich tatsächlich erstmal losgelaufen für eine Dreiviertelstunde. Wäre fast noch vor ein Auto gelaufen, weil... Um Himmels Willen. Weiß man ja, Schlafentzug ist ja so ungefähr, als wenn du dir eine Kiste Bier reinhaust. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, geh mal lieber nach Hause. Und wir sind jetzt auf dem gleichen Stand, glaube ich. Ich habe dann auch nochmal gepennt. Aber du musst heute hier das Kommando übernehmen, du bist heute mein Bündnis, Sarah Wagenknecht. Nur nicht ganz so, oh Gott ey, die habe ich gestern gesehen, kurz bei Maischberger mit Katrin, wie sagt man, Göring-Eckardt, glaube ich. Eckart Göring, ja. Eckart Göring. Ich habe die Überschrift eben gelesen, deswegen weiß ich es. Ey, ich habe nach zwei Minuten, irgendwann haben die sich so hochgeschaukelt und dann hörtest du einfach nur noch so eine Frequenz, die noch nie mal als White Noise tauglich gewesen wäre, wo ich wirklich in völliger Panik und Verzweiflung das auf Stumm gedrückt habe. Mute. Mute, so letzte Rettung, Mute. Mit so hohen Stimmen kannst du eh nicht so gut um, ne? Nein. Ja, du hast völlig recht. Ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht. Ich kann es nicht wirklich. Ja, deswegen hast du im Zweifel dann lieber Marla Glenn laufen lassen. Ich bin, ja, ich bin Stimmaffin, dann schon lieber so ein Rottweiler wie Marla Glenn. Oder Grace Jones, ja, ja, da wollen wir. Oh, Grace Jones, oh, du Wahnsinniger. Ja, ja, aber sag mal, wie ist denn das? Ist das jetzt so ein bisschen kulturschockmäßig, so nach vier Wochen, wie du schon sagtest, ausgespuckt zu werden und dann so im beschaulichen Hamburg? Ey, man sagt ja dann immer, wenn die Leute so wiederkommen von USA, eben auch von anderen Ländern, da bist du in Deutschland alle wieder so unfreundlich. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ausgerechnet in Frankfurt, wir mussten in Frankfurt nochmal anderthalb Stunden totschlagen. Erster Kaffee heute und dann war aber die Mitarbeiterin da so dermaßen zuckersüß, dass du gedacht hast, ja, also da kann sich der Rest der Welt eine Scheibe von abschneiden. Sie sah jetzt nicht bio-deutsch aus, das hat vielleicht auch nochmal ein bisschen mitgespielt, aber die hat wirklich, die hat wirklich. Ach so, das war keine Deutsche. Doch, die hat richtig hessisch gesprochen und alles. Hessisch, ja. Es war, sagen wir mal, es war weiterhin New York-Feeling dann. Und dann, ja, Dabbleshot in die linke Herzkammer und dann ging es erstmal wieder für zwei Stunden. Ja, toll. Ach ja, bio-deutsch ist ja auch schon wieder ein Ausdruck, den ich auch mittlerweile auch das erste Mal zur Kenntnis genommen habe, weil schon hier in der letzten Woche, bio-deutsch, bio-deutsch. Und dann sitzt man immer wieder da und sagt wieder, Donnerwetter, das habe ich ja noch nie gehört. Wunderbar. Aber, du, pass auf, schnell gegrüßt. Ich grüße den Schröder-Kusen der Deutschen Komitee, den Pointen-Schabi aus Kreid, den Rekordmeister der Bundesportenliga, Atze Schröder. So, Leverkusen-Meister, das haben wir verdient, oder? Total. Ich habe eine schöne Überschrift gelesen. Ich glaube, bei Sport 1 das Ende der bayerischen Tyrannei. Das hat mir gut gefallen. Kleiner hatte man es nicht, ne? Was glaubt ihr endlich? Was glaubt ihr endlich? Hey, hey, Hilfe! Hilfe! Ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht so kommen, aber es wäre natürlich wirklich absolut ein Traum, ne? Wenn die jetzt mal 10 Jahre einfach nur verlieren. Es tut einfach so gut, ne? Ja. Man guckt da auch so, selbst wenn man überhaupt so, ja, gar nicht fußballaffin ist, selbst meine Frau, also wohlwollend diesem Florian Wirz zugeguckt hat und hat auch gesagt, das ist ja netter. Was, was so ältere Damen halt so gerne mal sagen, das ist doch mal netter, oder? Hättest du da sofort noch erweitern müssen, so eine Information wie, der hat sogar Abitur oder so. Ja, ich hab nur gesagt, gnädiges Fräulein, Sie haben völlig recht. Das ist das Absolut. Also ich würde den Jungen sofort adoptieren. Ja, und dann noch Hattrick. Ach ja, das ist einfach alles nur schön. Ja, nur schön finde ich auch. Da kommst du natürlich auch in ein Land zurück, was es einem durch sowas auch wieder leicht macht. Wieso? Das hab ich nie ganz verstanden. Naja, wenn Leverkusen Meister ist, deutscher Meister ist, dann kommt man ja auch gerne wieder zurück. Ach so, meinst du? Ja, 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 ja. Ja, ich stelle zunehmend fest, es ist mir auch scheißegal, Hauptsache Bayern gewinnt nicht. Ja, wichtig ist morgen, was andere sagen. Ja, Axel war ja in München und dann wurde wieder hin und her geschrieben und ich hab ihm einfach nur geschrieben. Es ist einfach nur jämmerlich und würdelos. Und morgen bitte, morgen sagen, das hab ich nicht behauptet, hat jemand meinen Account gehalten. Ja, das soll er schon wissen, der Bub. Ja, 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 völlig recht. Er hatte seine Tochter dabei, die hat dann auch immer so ein Bayern-Trikot an. Also wenn die da zu Hause Fußball gucken, das sieht aus wie so eine, wie heißt das jetzt, so eine Koranschule. Weil die Kinder wurden ja von klein auf gezwungen, diese Bayern-Trikots anzuziehen. Oh Gott. Und die halten das ja für gut. Das ist ja so ähnlich wie in Nordkorea, wo sie auch alle denken, wir haben den geilsten Staatsführer der Welt. Ey, das ist allerdings wirklich ein starkes Stück. Da kann man ja nun mal wirklich nicht mehr von Demokratie reden. Nein, und ich möchte auch wirklich jetzt das Jugendamt auffordern, ihm die Kinder wegzunehmen. Ja. Ich möchte da bitte das altmodische deutsche Wort aufoktroyiert benutzen. Aufoktroyiert. Eines dieser schönen Wörter, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe. Ja, auf jeden Fall, das gönne ich den Wichsern. Okay. Wer ist denn, nein, lass es uns anders fragen. Oder lass es mich anders fragen. Also, wenn da vier Wochen jetzt wirklich in Amerika war und alles ist XXL. Ja. Und ist das dann hier wirklich so ein Miniatur-Wunderland? Nö, nö, das kann man nicht so sagen. Nö, nö. Im Gegenteil, ich glaube, es gleicht sich alles immer so ein bisschen mehr an. Ich war ja relativ früh schon in New York, Anfang der 80er, weil meine Schwester da auch gewohnt hat. Und da war das so wirklich eine ganz andere Welt. Aber jetzt so durch Internet und die sozialen Medien hat sich alles so angeglichen. Ja. Eben auch in dem, was man so trägt, die Mode und wie man, welche Meinung wozu hat. Das ist alles so ein bisschen nivelliert. Also, ich habe ja eben schon Nordkorea gesagt, das ist sicher noch ein bisschen anders. Und in Pakistan vielleicht und in Saudi-Arabien. Aber nö, so in New York, das könnte, das ist ja quasi dann so eine erweiterte Fassung, als würde man Frankfurt und Berlin zusammenpacken. Du, das ganze Ruhrgebiet ist ja praktisch New York und auch hier bei uns, wenn du es mal so siehst. Das Ganze, so muss man sich es ja, glaube ich, in ungefähren vorstellen. Nur, dass im Ruhrgebiet mehr los ist, das muss man auch dazu sagen. Das muss man auch fairerweise sagen. Und du hast es ja gesagt, das Internet bringt so ein bisschen Feeling. Ich habe auch jetzt natürlich mal schon jetzt, wenn die Tage wärmer werden, dann stelle ich schon mal so ein brennendes Ölfass hier vor die Tür, hol den alten Ghetto-Blaster raus und spray dann mal die Nachbarsgaragen voll mit Yo Motherfucker und sowas alles. Mal so ein bisschen Feeling hier reinbringen. Weißt du, mal so ein bisschen Kante zeigen. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Das ist ja alles apropos Kante zeigen. Es geht jetzt um meine Potenzprobleme. Die ich nie angesprochen hätte, wenn du es nicht gerade gemacht hättest. Kennst du den Ausdruck noch? Ich habe schon wieder einen auf Kante. Ja, natürlich. Das war auch 80er Jahre, oder? Ja, natürlich. Unser ehemaliger Gitarrist pflegte Jürgen. Pflegte immer, wenn ich mit dem Stück ankam, was ihm nicht gefiel, stand da immer, verzogen nur das Gesicht, kriege ich keinen von auf Kante. Hadegen. Hadegen, natürlich. Aber Kante zeigen, du bist der Co-Produzent gewesen, einer der vielen Co-Produzenten von Loffys Film. Ja, ja. Und hast das auch gepostet, so wie ich das auch gepostet habe. Und viele, viele andere, die den Film geteilt haben, auch gesehen haben, Kante sozusagen gezeigt haben. Wie sind die Reaktionen gewesen? Ist es das, was du befürchtet hast? Ich würde sagen. Und sag mal bitte deine Beweggründe, warum du da einfach gesagt hast, so, da produziere ich mit. Also ich habe mitgemacht, weil ich die Idee erst mal super fand. Ja. Als Loffy mir davon erzählte. Und ich weiß ja, dass er sich schon lange mit KI auseinandersetzt und dann die dollsten Sachen produziert. Und dann war ja die Grundidee da, lass uns doch mal das so zeigen, wie sich das entwickeln könnte. Wo wir in zwei, drei Jahrzehnten stehen könnten. Und die Grundidee fand ich so toll. Und dann hat er ja auch viele gute Mitstreiter gefunden. Die Erzählerin ist Katharina Talbach und ihre Enkelin. Ja. Ja, das finde ich alles schon ziemlich gelungen. Ich habe damit gerechnet, dass es natürlich Gegenwind gibt. Gab es auch. Aber das gehört ja auch dazu. Am schönsten fand ich, ich habe da noch geguckt, Frauenname, sehr gepflegtes Fräulein schrieb mir dann, ach nee, darf man nicht mehr sagen, sehr gepflegte, wahrscheinlich alleinstehende Frau, weil sie so hochklassig spielt, dass sich da keiner rantraut von den Rüden, hat er geschrieben, na schön den Öffentlich-Rechtlichen wieder ins Arschloch gekrochen. Aha. So und alles gut, kann man gut mit leben. Aber wieso den Öffentlich-Rechtlichen? Haben wir irgendwann nicht mitgekriegt. Und dann bist du ja immer so ein bisschen, dann juckst du in den Fingern da drauf, was zu schreiben, weil natürlich völlig falsch wäre. Und meistens ist dann der Anfall auch nach fünf Minuten wieder vorbei. Aber wie kommt man bei dem Beitrag da drauf, dass man den Öffentlich-Rechtlichen jetzt in den Hintern gekrochen wäre? Ja, ich weiß es nicht. Aber Kopftuch tragen gehört zu Deutschland, da hat bei mir irgendeiner geschrieben, wo ich dachte, wo kommt das jetzt her? Wo war das jetzt in dem Film nochmal? Und ich habe nur gedacht, ey, weißt du was, ey? Wenn die alle Märchen erzählen können, wie es hier angeblich zugeht, warum sollen wir nicht auch mal Märchen erzählen, wie es aussehen könnte? Ganz genau, das ist eine Fiktion. Genau. Und das ist ja keine Dokumentation. Nee. Und so viel Transferleistung sollte man ja wirklich vom Zuschauer, Zuschauerin erwarten können, oder? Wenn du die Zeit online meinst, dann habe ich das Gefühl, der hat es als ernsthafte Dokumentation aufgefasst. Ich kann die Kritik zum Teil verstehen, muss ich sagen. Ja. Weil, ich meine, du hast das ja schön eingeleitet, indem du gesagt hast, wenn die eine Seite so überzieht, kann die andere auch mal überziehen. Natürlich ist es überzogen und überzeichnet, sagen wir es mal so. Und ich finde auch, das darf mal sein. Aber dass man an der Stelle vielleicht auch den einen oder anderen verliert, auch den einen oder anderen, der es auch gut meint mit Deutschland, kann ich auch verstehen, dass er sagt, die Darstellung ist mir zu krass. Weil du ist ja schon ein bisschen Furchteinflößend. Du gehst schon unter die Haut. Ja. Ja, es ist, ja, ich finde es einfach wichtig, dass, ja, wichtig? Ich finde es richtig, dass, das, was du gesagt hast, das muss es auch geben. So, Punkt. Ja, ja. Und es wird ja kein Anspruch auf Wirklichkeit erhoben. Aber ich hoffe, dass das so ein Trigger ist für viele Kunstschaffende, sich mit dem Thema vielleicht auch noch realistisch auseinanderzusetzen. Ja, ganz genau. Und darum geht es eigentlich überhaupt. Ich meine, was sagt man denn immer, wenn man Bücher liest oder Filme schaut? Was macht das mit dir? Wozu bringt dich das? Was löst das in dir aus? Wir gucken alle Blade Runner, um jetzt mal solche Kultfilme zu nehmen. Man guckt Blade Runner und hat sich damals gesagt, oh, wird das, wird das mal wirklich so sein? Ja. Replikanten und was weiß ich nicht noch alles und so weiter und so fort. Also, ich finde immer, dass Kunst natürlich letztendlich auch immer irgendwas bewegen muss, Emotionen auslösen muss oder sollte. Ja. Also, wir haben daher noch eine, ich habe eben noch mal ganz frisch in die allerneuesten Zuschriften geschaut. Ja. Und habe da eine gefunden, die wird dir das Herz aufgehen lassen, weil sie aus einer Ecke kommt. Aha. So ein Blickwinkel, den wir schon, ach ja, ich will nichts vorwegnehmen. Ja, also erstmal schön, dass du wieder da bist. Ja. und dass es dir gut geht, das ist vor allen Dingen auch sehr schön. Jetzt, ja, wir haben jetzt das Thema schon unbewusst gestreift, deswegen will ich nochmal ganz schnell erzählen. Ich will gar nicht so viel ausführen, ich bin kein Gourmetkritiker, ich kann mich da auch nicht so ausdrücken. Wir waren ja im Eleven Madison Park, das ist der Sternekoch Daniel Hum, der eben auf vegan umgestellt hat und mit einem veganen Restaurant jetzt wieder drei Sterne sich hier erkocht hat. Ja, du, du, genau. Und wir haben ihn auch kennengelernt, die Zeit für uns genommen. Wir hatten ja das Glück, da einen Tisch zu kriegen über Beziehungen und so, wusste er ja, dass wir kommen und hat sich eben auch da zugesellt. Und das ist so toll, wenn du siehst, wie jemand eben sich selber so als Künstler begreift und der sagt, ich habe selber Kinder, der hat drei Kinder, ich sehe auch den menschengemachten Klimawandel und ich wollte eben mit meinen Mitteln was dagegen machen. Und er sagte, mit meiner Sprache, mit seiner Sprache meinte er seine Kochkunst. Er sagt, der Sänger hat seine Musik als Sprache, der Maler hat sein Bild als Sprache oder seinen Pinsel und ich habe eben die Küche als mein Instrument. Und das fand ich so schön, wie er das gesagt hat. Das ist meine Sprache. Was ihr jetzt hier esst, das ist meine Sprache. Ja. Das war schon ein Erlebnis, wirklich. Das ist ja in so einem Art-Deko-Gebäude, so um die 30er Jahre gebaut. Sieht so ein bisschen aus, so gerade der Stadtteil, ist auch, glaube ich, komplett unter Denkmalschutz, so wie Gotham City. Ah, okay. Okay. Und ja, da drin eben dieses Restaurant. Und das ist einfach, das ist wirklich eine Gastronomie in Perfektion. Das ist ja eine Riesenhalle. Ich glaube, die ist 10, 12 Meter hoch. Wie gesagt, Art-Deko. Und damit hat er ja schon mein Herz erobert. Es hallt nicht. Das heißt, er ist so ganz dezent. Du nimmst es nicht wahr. Alter. Hat er so Schallschlug-Elemente integriert? In die Decke, an die Wände. Aber du nimmst es nicht wahr. Tatsächlich nicht. Ich habe lange suchen müssen. Und du verstehst jedes Wort, wenn du dir da so am Tisch gegenüber sitzt. Weil du fast Studio-Atmosphäre darin hast. Darf ich da mal reingrätschen? Ja. Ich möchte da mal kurz reingrätschen. Also Leute, da müsst ihr mal drauf achten. Ich finde, das findet nämlich viel zu wenig Beachtung, dass du in einem Restaurant sitzt und es teilweise nicht ausfällt, weil die Grundlautstärke so laut ist, dass man wirklich denkt, ich werde hier wahnsinnig und zehn Meter hoch. Das heißt, der wird nicht nur ein bisschen Aufwand betrieben haben. Der wird ja, also wir waren jetzt Freitag in einem Restaurant bei einem, war okay, aber auch da habe ich das als so unangenehm empfunden, die Akustik, dass ich nach einer Stunde echt erschöpft war. Ja, das ist auch so. Das ist ja, das geht auf die Psyche, das ist Stress für die Psyche, wenn es so halt ist. Und ein guter Gastronom sollte das berücksichtigen. Ja. Weil die Gäste bleiben länger, die Gäste fühlen sich wohler und wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Also bei zehn Meter hoch, Wahnsinn, dass man dann da sitzt und für das Erlebnis beneide ich dich schon wieder. Ja, aber das war insgesamt, da griff eins ins andere, der ist fast, der ist Perfektionist, aber selbst der Service, allein der Service wäre das wert gewesen. Also selbst wenn die nur eine Pomme serviert hätten, hätte ich den Abend trotzdem genossen, weil der Service so perfekt ist. Dann fragst du, na ich finde, wie viele Tische haben die? Ich finde mal, denke so 60, 70, irgendeinen Daumen, 60 Tische und die haben bestimmt mindestens 50 Leute im Service. Und das heißt, jeder Gang wird auch von jemand anderem serviert, der sich aber mit diesem Gang ganz genau auskennt, der ganz genau weiß, der kann jede Frage dazu beantworten. Und auch witzig am Rande natürlich, das kriege ich mal eben zur Toilette und der, den du gefragt hast, der kommt mit dir dann zur Toilette und erhält sich mit dir. Wie gefällt es dir? Was macht ihr in New York? Liefer dich da ab sozusagen, wie so ein Kindergartenkind. Wo die Deutschen sagen, geh, los, verschwinde, geh alleine. Kannst du nicht lesen oder was? Nein, es war wirklich, wie gesagt, ich will gar nicht so sehr aufs Essen eingehen, weil ich das nicht kann, weil ich kein Gourmetkritiker bin und bevor ich was Falsches sage, aber es war wirklich, wirklich ein Erlebnis. Ja. Und ich weiß, Anfang des Monats vergeben sie immer die Tische. Man kann, wenn man nach New York fliegt und dreht sich mit dem Gedanken da hinzugehen, kann man auch ohne Beziehung, muss man sich vielleicht mal morgens um fünf den Wecker stellen. Am Anfang des Monats werden die Tische da für den ganzen Monat vergeben. Ah, okay. Da kann man sich online einbuchen. Das klappt eben auch, weil die haben ja relativ viele Tische. Es ist, also Leute, man muss nicht unbedingt Schröder heißen, man kommt auch als Normalsterblicher ran, man muss nur, wie so oft im Leben, einfach was machen. Zum Beispiel nach New York fliegen und sich einloggen. Ganz einfach. Beeindruckend auf jeden Fall. Hab ich dich das eigentlich gefragt? Habt ihr eigentlich den nackten Cowboy gesehen mit der Gitarre? Nee, nee. Gibt's den eigentlich noch? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ja, im Times Square soll doch da immer so ein nackter Cowboy rumlaufen. Da muss ich auch noch an dich denken, Times Square, das ist wirklich so eine Ecke, wo selbst ich denke, scheiße, scheiße, bloß weg hier. Das ist so, als wenn du mal in Ruhe so ein Über den Wochenmarkt in Ham streifst. intimes Gespräch im Bierkönig auf Malle führen möchtest. Ey, da ist ein Theater. Leck mich am Arsch. das ist wirklich Gut. Kannst du den nackten Cowboy auch nicht gesehen haben. Nein, 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 nein. Da hin und direkt wieder weg. Ich war schon ewig nicht mehr da, wollte mal wissen, wie sich's jetzt anfühlt und es ist eigentlich noch beschissler geworden da. Also wirklich Times Square No-Go-Area. No-Go, absolut. Ja. Och Gott, ey. Ich hab übrigens den Rasen mähen lassen hier. Ach, hast du jetzt jemanden gefunden, der es macht? Ich hab zumindest für einmal einen gefunden, weil der war ja ungefähr schon 30 Zentimeter. Ja. Ich hab schon ungefähr 30 Zentimeter hoch und ich hab einfach gesagt, ich mach das nicht, Kinder. Da musst du ein Spezialist jetzt ran. Ja. Ich lasse jemanden kommen. Ich zahl auch dafür. Ja, ja, ja. Irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Ich wusste, dass das bei dir auch so viel Verständnis hat. Ja, ja, ja. Irgendwas ist es da nicht. Es geht so nicht weiter, Leute. Ich hab mir gesagt, ich hab nur zwei Hände. Also weiß Gott, was Besseres zu tun. Als so ein scheiß Rasen zu melken. Also wirklich, ey, wirklich. Also es beleidigt meine Intelligenz. Ganz liebe Grüße. Ja. Ganz liebe Grüße von Götz Altsmann. Ja. Also das hätte dir gefallen. Wo hast du ihn getroffen? Ich hab ihn getroffen am Sonntag Backstage im Kurhaus. Das hat er beim 10. Internationalen Jazz Festival in Hamm gespielt. Ja. Mit seiner Band. Ich hatte ihm bei Herzenswünsche damals gesagt, Mensch, ich besorge dir ein Buch hier von uns beiden unterschrieben. Und nachdem du das ja dann auch unterschrieben hattest, hab ich ihm das jetzt gebracht. Blauäugig. Die Atzebiografie. Natürlich, genau. Weil er steht drin, sozusagen. Seite 59 FF, glaube ich. Um es nochmal genau zu sagen. Und das war so schön, weil er saß in dieser Garderobe, hatte ein großes Buch in der Hand und war so sanft, das konnte ich durch den Türspalt sehen, er war sanft weggenickert. Herrlich. Da wurde mir richtig warm ums Herz. Gentleman, wie ich bin, natürlich ganz dezent geklopft. Und dann hat er sich so gefreut, mich zu sehen. Und dann haben wir... Ist er denn sofort aufgewacht, als du den Raum begann hast? Ja, natürlich. Hat sofort wieder beflissen ins Buch geguckt. Ich hab gesagt, ich hab genau gesehen, dass du weggenickert warst. Und dann hat er auch nicht... Ach, Quatsch. Wir kennen uns ja mindestens... Ja, wir kennen uns, glaube ich, seit 1990. Alles gut. Aber das Gespräch, zu sitzen mit auch jemandem, der ja auch einfach ein belesener, intelligenter Zeitgenosse ist, das war so schön. Wir haben da gesessen. Tor. Die Zeit verflog im Fluge. Wirklich. Und weißt du, so keine Plattitüden, gleich sofort ans Eingemachte. Ach, das war wirklich... Das hätte dir Spaß gemacht. Ah, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das wird mal wieder Zeit. Ja. Und auch wieder was gelernt. Zum Beispiel kam natürlich wie üblich die Z-Wort-Diskussion. Was heißt wie üblich? Ich hatte das wegen Z-Schnitzel, Paprikaschnitzel. Und da sagte er immer, ja, aber das Irre wäre, was er jetzt auch wieder gelernt hatte, er kennt eben halt auch Musiker. Also, ja, und die sagen, also Musiker, die wollen nicht Sinti und die wollen nicht Roma genannt werden. Er kennt Musiker, die möchten mit dem Z-Wort bezeichnet werden. Ja. Und da hätte er auch wieder was gelernt. Und das, dann habe ich dann auch noch wieder, habe ich mich dann auch noch hinter um die, um das Denkmal, das Holocaust-Denkmal für die Sinti und Roma in Berlin, habe ich mich damit beschäftigt und habe festgestellt, das wäre, es hätte es wahrscheinlich schon zehn Jahre eher gegeben, aber die, es gab Leute, die wollen absolut nicht oder, oder, wie soll man sagen, es gab Vertreter, die nicht unter Sinti und Roma affirmieren wollten. Ja. Die sich da also auch gestritten haben um die, also um die, um die Begrifflichkeiten. Ja, ja. Und am Ende des Tages stellst du mir immer wieder fest, wenn du meinst, du weißt was, dann kommt irgendeiner daher und erzählt dir eine Geschichte, die wahr ist und wieder einen ganz anderen Aspekt der ganzen Geschichte beleuchtet. Ja, also da sprichst du mir auch aus der Seele, das habe ich ja vielleicht sogar noch öfter, weil ich gern mal so vorpresche, weil ich denke, ich weiß was und muss mir dann hinterher den Mund wieder mit Gernseife auswaschen. Das war ja letzte Woche noch so, als ich gesagt habe, hier die Schröder, Gesundheitsministerin, kurz Mädchen. Ich meinte, und da auch Asche auf meiner Haupt, ich meinte Claudia Nolte. Kannst du dich noch an die erinnern? Ja, absolut. Und da haben ja damals sich alle irgendwie die Augen gerieben, so nach dem Mund, was hat der Dicke denn jetzt? Zu jung. Und er hat sie ja einfach durchgesetzt. Ja, 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 ich weiß was du meinst. Und Götz, also so ging unser Gespräch und es war richtig tief und so viele Aspekte neu beleuchtet, sich ausgetauscht, erinnerungsselig, aber auch nach vorne guckend und was weiß ich nicht nur alles. Der Mann weiß ja so viel, aber wir natürlich auch. und dann prallt was aufeinander, was mich hinterher aber total glücklich macht. Ich habe immer das Gefühl, ich kriege einen Teil vom Puzzle dazu. Das ist ein gutes Bild. Ja, ja, so empfinde ich das auch, dass man immer noch weiß, man hat nicht das ganze Bild, aber man hat ein weiteres Puzzle dazu. Das gefällt mir gut. Ja, ja, das war wirklich ganz, ganz toll. und soll dich ganz lieb grüßen. Zweite Sache, die mich auch sehr bewegt hat, ist, ja, ich darf hier mal eben kurz Eigenwerbung in eigener guter Sache machen, dass der Vorverkauf für das 14. für mein 14. Herzenswünsche-Benefiz-Konzert ist eröffnet. Ich kann jetzt sagen, Headliner, Comedy-Headliner, du warst es dreimal oder viermal sogar, glaube ich schon. Wir hatten Hans-Werner Olmenweg, ich hatte Olli Dittrich, ich hatte den fantastischen Markus Krebs, ich hatte Lisa Feller, Thorsten Sträter kommt. Ja, das ist ein Wurf, das kann man doch sagen. Ja, ich hatte gar nicht so an ihn gedacht, weil ich ja weiß, was gerade um ihn herum so passiert. Was passiert denn um ihn herum? Ja, geht ja ganz schön ab. Ach so meinst du, weil er so viel zu tun hat. Ja, ja. Er reitet ja gerade nun wirklich, glaube ich, so eine richtige Erfolgswelle, glaube ich. Ja, ja. Kann man ohne, kann man einfach anerkennen. Ja, zu Recht, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt war es ja so, ja, du warst ja jetzt gerade in der Hand gewesen, so. Und ich wusste aber nicht mehr, wenn ich, ich hatte wirklich Gott und die Welt gefahrt, von Otto bis Kaolin-Käbekus und witzigerweise, nein, respektvollerweise haben alle, aber auch wirklich alle sofort geantwortet und haben gesagt, tolle Sache, dass du das seit 14 Jahren machst, toll. Leider können wir an dem Tag nicht. Ja. Und dann habe ich Thorsten angerufen und habe wirklich gesagt, du musst mir den Arsch reiten. Ja, tolle Besetzung dieses Jahr. Und dann, also wer jetzt noch keine Karte hat, der sollte mal schön in die Hufe kommen. Ja, und das Tolle war, er hat natürlich, hat wirklich sofort in seinen Kalender geguckt, hat gesagt, kann ich? Druck die Plakate, Hase. Ich komme. Sehr geil. Ja. Gott sei Dank, was er, dann hat mich zwei Tage später seine herzallerliebste Susanne Buhr angerufen und hat gesagt, ja, wir haben eine Doppelbuchung an dem Tag. Ja. Und trotzdem haben die beiden dann alles dafür klar gemacht, dass beides an dem Tag geschehen kann. Top. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Ja, ich bin, leider ist es am 30. August, ne? Ja, 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 Ich würde auch so gerne mal wieder kommen, aber. Ja, du bist ja auf Gedeihverderb. Da rundet der Heidemanns, da muss ich natürlich hin, ne? Ja, das ist ja wohl Selbstkomma Verständnis. Ausrufe zeigen. Ah, ja. Ja, aber das ist toll, das ist in diesem Business einfach immer noch bei aller, bei allem Erfolg und bei allem so, äh, Promi-Gedusel und vorwärts und wichtig und dass es einfach immer nur Leute wie dich oder Thorsten gibt, die einfach sagen, Hase, was hast du denn da? Ja, selbstverständlich komme ich vorbei und helfe. Gib her. Gib her, genau. Wie Rolf sagen würde. Ja. Gib her. Oh Gott. Ja, und dann war noch, da hattest du ja auch eine launige Großbrotschaft eingesprochen, 40 Jahre Maxipark. Ja, am, äh, das ist, äh, der Park von der, ja, was ist das für ein Park? Ja, das ist, äh, eigentlich, ähm, das Wahrzeichen von Hamm geworden. Eigentlich war es 1984 eine Landesgartenschau auf einem ehemaligen Zechengelände. Daraus, aus der Landesgartenschau ist das ja vorgegangen. Genau. Ja. Damals wurde eben halt aus der alten Kohlewäscherei der Glaselefant gemacht. Ja. Sozusagen mit einem Architekten. Und war er erst der Elefant und dann die Ausstellung oder mit der Ausstellung kam der Elefant als Wahrzeichen zu? Ja, ja, das ging alles Hand in Hand vor 40 Jahren tatsächlich. Ja, und vorher war der Elefant aber nicht so, das, Vorher gab es nur einfach diese alte Ruine der Kohlewäscherei. Ja, okay. Okay, gut. Und dann kamen Architektenentwürfe und da wurde eben halt dieser, äh, 37 Meter, ich glaube 37 Meter, mindestens, ja, irgendwas so um die her, hohe Elefant gemacht, von denen du einen tollen Ausblick auf Hamm hast. Auf jeden Fall, man muss das wirklich fairerweise sagen, Hamm ist berühmt für die Zuchtteilung und für den Elefanten. Plus Reptilienmesse, oder? Oh, absolut. Also wenn du in Hamm, wenn du Hammeser bist und läufst durch die Gegend und da ist so ein Python, der dir auf die Schulter klopft, ist nichts Ungewöhnliches bei euch, ne? Ja, oder wenn so ein Kaiman-Baby-Leiche im Kanal an dir vorbeischwimmt, dann hat irgendeiner wieder ein paar Käufe entsorgt, die vielleicht illegal waren. Die aus dem Zoo in Duisburg stammt. Die Kobra im Hamm-Datteln-Kanal sozusagen. Die Schwimm-Kobra. Aber das war, ähm, jetzt sagt sich einer, ja, gut, was erzählt er denn da jetzt vor 40 Jahren, wenn wen interessiert das, wenn in China ein Sackereisumfeld so ungefähr, naja, wir haben dann mit Till und Obel unser Büro gehabt und, äh, da bin ich doch für einen Moment nostalgisch geworden, weil du natürlich da sitzt und denkst, hei, hei, verdammt nochmal, vor zig Jahren ist das mit unserer Karriere Hand in Hand gegangen. Der damalige Leiter des Parks hat gesagt, hör mal, ihr kriegt hier Büroräume, Telefonanschluss und sowas alles, alles für Lulu. Ja. Und ihr besorgt mir die Künstler. Ja, ach so, gute Idee eigentlich, ne? Ja, und so ist Rüdiger Hoffmann gekommen, du bist gekommen, Leute, die ganz am Anfang ihrer Karriere, weil wir durch die Gegend gezogen sind und gesagt haben, der ist witzig, der ist witzig, den musst du verpflichten, das ist super. Ja, ich hab sogar eine Anekdote dazu. Erzähl. Und zwar, ich war damals unterwegs als Vertreter und hatte so ein, wie sich das gehört, für einen echten Drei-Sterne-Kognak-Vertreter, so ein Dreier-BMW und ich hatte einen blauen Anzug an mit weißem Hemd und blauer Krawatte. Und Obel war im Büro und noch irgendein Mitarbeiter und dann hatte sich für den Tag, glaube ich, die Berufsgenossenschaft, auf jeden Fall, irgendwas Amtliches angekündigt. Aha. Und ich wollte einfach nur wissen, ob ihr da das Management von The Proll übernehmen könnt. Ja. Jetzt kam ich da rein, im Anzug mit Krawatte und Obel ging natürlich davon aus, hier ist jetzt Kontrolle, Achtung, Kontrolle. Und dann haben wir bestimmt eine halbe Stunde aneinander vorbeigeredet. So nach dem Motto, ach guck mal hier, ein tolles Faxgerät und so. Und er hat gedacht, ich bin da, um das alles abzunehmen. Ich wüsste, wie man da mal auf den Punkt kam. Da war bestimmt eine halbe Stunde rum. Wir haben beide echt doof geguckt an einer bestimmten Stelle. Ey, und siehste, jetzt kenne ich dich schon seit über 18 Jahren und ja, super, die Geschichte kann ich nur gar nicht. Ich werde nie vergessen, wie er dann, als wir endlich da quasi Frieden miteinander hatten, wie er von Rüdiger Hoffmann erzählte, der noch völlig unbekannt war und so erzählte, was der so auf der Bühne macht. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Nee, der erzählt da von seiner WG und so. Und ja, hallo, erst mal. Und er denkt, das muss ich sehen. Und dann hörte ich auch von Obel zum ersten Mal von Herbert Knebel. Ja. Und ja, und da habe ich mir das alles so nach und nach angesehen. Aber das war wirklich lustig, wie wir da eine halbe Stunde umeinander rumgeschlichen sind. Ja, und das ist eigentlich auch wirklich der gesamte Beweggrund. Du sitzt dann irgendwann, guckst dir das alles an und gehst mal, jetzt bin ich natürlich nicht so wahnsinnig nostalgieversessen, aber das ist dann schon mal irgendwo Moment, wo man dann hinterher auch irgendwo steht und da kommt der, kommt irgendeiner an und sagt, Mann, wieso bist du denn hier so schlank geworden? Was ist denn da los? Und du denkst, ja, wer ist er denn nochmal? Ja, ich bin doch Theo. Ach, also Kleinigkeiten. Manchmal ist das auch ganz nett. Ja, ja. So ein bisschen. Ja, für alle, die denken, was war denn da zu der Zeit diesen Foodtrucks noch Imbisswagen, ne? Ja, alles war Zuckerwatte war Zuckerwatte. Und es war alles, ja, wie soll man sagen, von einer gewissen Unschuld, ja, das ist eigentlich das beste Wort. Es war alles so ein bisschen unschuldig eigentlich. Ja. Und anders, schon gar nicht besser, es war einfach nur anders. Da wurde Fett noch mit U geschrieben, um auch da Götz Alsmann mal wieder zu zitieren. Ja, und, ach genau, und das ist mir auch zum Beispiel, ich glaube, bei dir ist das ja ähnlich durch deinen Vater. Götz hält sich natürlich gerne auch in der Nostalgie auf. Das hat er ja schon immer gemacht, hat er auch gesagt, ne? Ja. Und ich bin eigentlich gar nicht so nostalgisch. Ich habe mir einfach nur unheimlich viel von früher gemerkt. Und bin dann selber überrascht, wenn ich auf einmal so vor mich hinsinge, die süchesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Stimmt, Peter Alexander war das, ne? Ja, oder Wasser ist zum Waschen da, Falleri und Fallera. Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. All so ein Krempel, ne? Ja, ja. Und da habe ich mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, der sagte, ja, wo nimmst denn du das alles her? Und da kann ich hier nur mal, wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten, da kann ich hier nur sagen, es ist vorher reingetan worden. Ja, das Gefäß befüllt. Und zwar wirklich mit jedem Scheiß, ob das Schlager war, wir haben es ja oft genug betont, du bist ja als Kind nicht vom Fernsehen aufgestanden, wenn das einer angemacht hat. Nein. Ey, da konnte Anneliese Rothenberger, deswegen haben wir ja diese ganze Scheiße auch parat, ne? Ja, eben, da konnte Mosaik, Mosaik richtig, das Seniorenmagazin, das Seniorenmagazin laufen, da konnte Werbung laufen, du hast da vorgesessen, du hast das aufgenommen, du hast es behalten. Ey, dieser Fäller mit, der habe ich neulich zusammengesessen und haben Moderation geschrieben für die neue Ladies Night. Ja, ja. Und dann habe ich ihr was von Frauengold erzählt. Und sie sagte, bitte, was ist denn Frauengold? Und ich so, ja, das ist so, das sollten, das sollten die Hausfrauen in den Ende der 50er und Anfang der 60er trinken, so sagen, wenn der Abwasch zu viel ist und man den Mann schon anschnauzt, wenn man ihm den Fleck aus dem Anzug reibt, ne? Ja. Dann sollte man Frauengold mal trinken, was nichts anderes war als hochdosierter Alkoholeinwand. Du solltest ja einfach einen ansaufen, um das alles zu ertragen. Und gern auch mal mit dem Hinweis, sie guckt dann in den Spiegel, also erst machst du so die Blumenvase kaputt und schnauzt ihrem Mann an und dann sagt sie auf einmal selber zu sich im Spiegel, bin ich denn überhaupt gar nicht mehr schön? Ja. Nein, ich bin nur älter geworden und damit ich wieder so fit bin, einfach einsaufen. Frauengold. Frauengold gegen Hysterie. Ja, ganz genau. Und das ist noch unfassbar und wer, wer wirklich glaubt, die, das Feminismus oder Frauenemanzipation nicht wichtig ist, der sollte sich einfach mal diese schwachsinnigen Werbespots aus dem 50er und 60er gerne angucken. Ich denke, ist die Diskussion aber sowas von überflüssig. Oh, verdammte Scheiße. Was für eine Reise du. Mann. Ja, und das ist es. Aber, aber, wir wollen dich ein bisschen schonen. Ich muss dir noch eine Einzelheit, ein Detail erzählen. So. Für dich, der jetzt sich quasi der Datenwelt quasi durch WhatsApp ausgeliefert hat. Die Zeit nehme ich mir bei. Und immer, der, damals einer der federführende Menschen auf der Straße war gegen die Volkszählung. Jetzt kommt ein schönes Detail für dich und zwar JFK, John F. Kennedy Flughafen in New York City in Queens. Ja. Da ist es so, dann gibst du dein Gepäck auf und dann hast du im günstigsten Fall noch eine Bordkarte, wo deine Gepäckaufkleber drauf sind. Und dann verspätete sich der Flug so ein bisschen und irgendwann sagt man, guck ich, mein Flug ist gar nicht mehr, ich bin gar nicht mehr in der Lufthansa-App. Ob die mich gestrichen haben? Nein, komm, jetzt haben wir mein Gepäck aufgegeben. Du hast ja deine Bordkarte, was soll passieren? Ja. Die Bordkarte wurde dann zum zentralen Organ, um jetzt mitreißen zu können. Mit dem Jumbo-Jet der Lufthansa. So, und dann stehen wir irgendwann da beim Boarding, ganz stolz, also die Berechtigung, die Zugangsberechtigung aller Bordkarte in der Hand und dann brauchst du die gar nicht mehr, weil die Durchgangskontrolle erkennt dein Gesicht. Ach. Und das ist doch großartig, oder? Die Durchgangskontrolle erkennt dein Gesicht? Ja, du bleibst kurz stehen vor dem Durchgang, dein Gesicht wird gescannt und dann weißt er, wer du bist. Aber woher weißt du das, weil du vorher deinen Pass abgegeben hast? Nö, du bist achterig, ich meine, da sind eh so viele Kameras, wahrscheinlich wäre das gar nicht mehr notwendig, sich da irgendwo bei der Immigration noch zu scannen, das wird natürlich gemacht mit Fingerabdrücken bei der Einreise. Ja. Und, aber die Gesichtserkennung ist mittlerweile schon so weit, es gibt ja auch so Geschichten in China, die sind ja jetzt schon so weit, dass sie jeden Chinesen, und das sind ja, wie wir wissen, nicht gerade wenig, innerhalb von drei Minuten kontakten können, unter drei Minuten mittlerweile. In China gab es jetzt so eine Geschichte, ein Arzt wurde gesucht, er hatte sein Handy ausgeschaltet und dann hat man geguckt, wo sitzt er? Alles über Gesichtserkennung. Wo sitzt er? Ja, er sitzt, quasi in der S-Bahn irgendwo in Shanghai und dann hat man einfach seinen Nebenmann angerufen auf dem Handy und gesagt, hier, kann ich mal eben Handy weiter? Ja. Und das ist die schöne neue Welt, da sind wir, ne? Ja, für alle, die mal jetzt noch gedacht haben, ich mach mal in China eine Filiale auf, vergnüge mich mal mit irgendeiner schönen Chinesin, Vorsicht. Du kriegst auch gar keinen Einreisestempel mehr in den Reisepassler. Ich hatte schon gedacht, du kommst jetzt mit der Ecke, dass die Boarding-Tante gesagt hat, kann ich bitte ihre Postleitzahl haben? Ja, genau, genau, die Gedanken gingen in diese Richtung und bloß die Boardkarte festhalten. Ja, das ist jetzt hier mein Nachweis, dass es mich gibt. Und dann sagt die Gesichtserkennung, nö, kennen wir doch, hier, komm rein, Spatzl. Ja, das siehst du und ich war neulich in der Bank im Münster wollte, was einzahlen. So. Zahl was ein und da sagt der Typ zu mir, ja, er hätte gerne einen Personalausweis. Ja. Und ich guck so, denk so, ach du Scheiße, hatte, ich sag, ich hab auch nur einen Führerschein dabei. Ja, nee, dann nicht. Er wollte dein Geld nicht. Und ich so, ja, ich sag, ja, aber wieso, das ist doch auch, das ist doch auch, hier, das ist doch, das bin doch ich, das ist doch, nee, ich hab meine Vorschriften, hier, das geht nur mit Personalausweis. Ja, ich sag, aber hallo, ich bin doch der Typ, der da drauf ist. Ich sag, hallo, sie müssen doch, sie, gerade sie müssen doch wissen, wer ich bin. Ja, immerhin noch sie, warst du noch beim sie. Ja, ich sag, ich geb ihm mal einen guten Tipp, mein Name ist Till Rohneder, das googeln sie jetzt mal schön. Ja, jetzt gehst du mal, ihn dann aber auch gleich duzen, jetzt gehst du mal zu deinem Chef. Und übers Siezen, dann übers Altern und Dingern zum Duzen. So, dann sagt er zu mir, ja, ich hab dich ja schon gegoogelt oder ich hab sie ja schon gegoogelt, aber das reicht alles nicht. Ja, weil ich sag, ich bin so, und da siehst du, wo wir technisch in Deutschland stehen, da kannst du sein. Ja, da kannst du Bundestrainer sein, wer du willst, ne? Ganz genau, wenn hier der anständige Bankbeamte kein Personalausweis hat, da kannst du mit deinen 20 Euro wieder nach Hause gehen, kannst das Taschengeld von Mutti in eine Sparbüchse tun. Ja, wir haben natürlich Datenschutz, ne? Ja, das ist, in Amerika wirst du einfach gescannt und in China ruft dich einfach die Regierung an. Natürlich, ne? Ja, du rufst deinen Nachbarn an und sagst, jetzt klopft es bei dir gerade an, Nancy Faeser ist dran. Ja, Fancy Naser. Fancy Naser. Und sagt einfach, hör mal, Atze, alles klar gewesen, ich hab hier gerade so eine Ausweiskopie, die Jungs sind in New York, naja, was soll's, verrückt, oder? Es gibt, das gibt's doch alles gar nicht mehr. Ja, du brauchst demnächst gar keinen Ausweis mehr. Ich, ich bin froh, dass es den deutschen Bankbeamten, noch gibt in seiner Form. Ja, ganz genau. Kann ja jeder kommen. Kann ja jeder kommen. Absolut. Schirm mal vor, ich hätte mir wie Phantom Mars einfach so eine, so eine Gummimaske abgerissen und hätte gesagt, verarscht, verarscht. Ja, ja, ganz genau. Oder wie bei Mission Impossible, wir haben zwar deine Augen, deine Iris gescannt, aber raffiniert wie du bist, hast du jemanden umgebracht und einfach ein Auge in deine Höhle eingesetzt. Ja, genau, hab einfach die Kontaktlinsen vom Zyklopen genommen. Ein drittes Auge. Und mir auf die Stirn zwischen die anderen beiden geklebt. Gab's nicht mal eine Deutschrockband, eine Krautrockband, die das dritte Auge hieß? Ja, sicher. Das dritte Auge. Ich kenne nur das dritte Ohr, das war doch eine Frankfurter Bluesband. Aber ich glaube, das dritte Auge gibt's auch, ich hab mal so Verstärker gesehen und die in Zahlung gegeben wurden bei Musikproduktiv oder das dritte Auge. Und dann gab's noch, ich glaube, dann hier zur Güte biete ich dir an, es gab eine Band, die hieß die Brauthaut aufs Auge. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Das, ja, ja. Da heidigen wir uns mal drauf. Ja, warte, das dritte Auge, ich bitte nicht, du, ich hab gerade zufällig den Computer vor mir. Ja, ach so, ich bin wahrscheinlich schon längst auf deinem Radar und du hast meinen Reisepass noch mal durchgescannt. Das dritte Auge, wie öffnet sich das dritte Auge? Ach, du Scheibengleister, ja, woher soll ich das denn wissen? Und schon sind wir wieder bei Jagd auf brauner Oktober. Ganz genau. Das dritte Auge, Franco Nero, ach, der ist das dritte Auge. Ne, aber das dritte Ohr, er war auf jeden Fall eine Bluesband, ist auch scheiße. Das Ei, einer, einer Chakra, drittes Auge ist ein spekulatives, unsichtbares Auge, das auf der Stirn etwa zwischen den Augenbrauen lokalisiert dargestellt wird. Ja. Teilweise wird das auch bei einigen Tieren vorkommende Scheitelauge so genannt. So. Das ist doch ein schönes Thema für heute Nacht für dich, oder? Damit lassen wir euch alleine und mit viel Licht im Flur bitte einschlafen. Genau. Mit Flutlicht. So, wir kommen zu E-Mail und die Detektive. Bevor wir da, lassen wir in dieser Rubrik, nur einleitend, ich habe so ein paar Ausdrücke hier. Ja. Da kannte ich einen von, das sind so veraltete Wörter, Gänsewein, Weißt du, was das ist? Nee. Trinkwasser. Kenne ich nur als Kraneberger. Ja, Gänsewein. Dann Bienensorgen. Bienensorgen. Sind kleine Sorgen. Dann Frauenzimmerlich, das kann man sich ja erklären, weiblich. Ja. Dann weißt du, was ein Abtritt ist? Ein Abtritt? Nein. Eine Toilette. Ah, ab Ort kenne ich noch. Ja, oder ich muss noch mein Wasser abschlagen, sowas, ne? Ja, oder ins Cockpit schauen. Aber ab Ort ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr alterlich, glaube ich. Absolut, ja, ja. Und Harmrei ist ein betrogener Ehemann. Ich will auf nichts hinaus. Ich hatte nur irgendwo gesehen. Ich habe für alles Verständnis. Ja, das ist ja du. Meine Frau ist vier Jahre jünger als ich. Das muss man ja auch mal berücksichtigen. Ja, und wir sind ja gleich alterlich. Wir haben ja auch nur noch Futter für eine Geist. Das haben wir ja gelernt hier. Richtig, richtig, richtig. Ja, und vor allen Dingen, betrogener Ehemann, dazu gehört ja eben auch, dass du dich betrogen fühlen musst. Ja. Das heißt, wenn deine Frau, sagen wir mal, fremd geht und du hörst davon und sagst, oh ja, ja, ach, na ja, das passt schon. Da bist du ja im Prinzip gar nicht richtig betrogen worden. Ja. Es gibt ja jetzt auch diese... Wer die im Dunkeln geklaut, der bringt sie im Hellen wieder. Das sagt der Honka Alphons immer. Sagt der immer zu meiner Oma, ja, wer die im Dunkeln klaut, der bringt sie im Hellen wieder. So, ich habe mir jetzt, da bin ich, das mache ich aber nächstes Mal, das Thema wie Ausführlich behandeln. Ich weiß auch noch gar nicht genug darüber, aber Sex-Positivity-Partys. Da, ah. Da bereiten wir uns mal drauf vor. Da bereiten wir uns vor, weil da habe ich auch ein Bild zugesehen, was mich angesprochen hat. Ja, und ihr könnt uns jetzt schon zu dem Thema schreiben, ne? Ja, Sex-Positivity. Wer Erfahrung hat, bitte, bitte, bitte schreibt uns. An mail at zärtliche-cousinen.de. Pass auf, ich weiß ja nicht, ob du Zeit hattest, du wahrscheinlich nicht die Post zu lesen. Ich habe eben schon mal reingeschaut, aber fang du schon mal an. Ich fange mal mit der an, die mich wirklich umgehauen hat, die ich dir deswegen... Ah, okay, ja. Lieber Atze, lieber Till, in eurer Podcast-Folge 14 senkrecht, deutscher Komiker, sprecht ihr kurz über das Thema 9-11 World Trade Center. Ja. Wie lange diese Tragödie schon her ist und wo ihr damals gewesen seid. Vermutlich weiß das jeder, der damals die Geschehnisse begreifen konnte. Ich weiß es natürlich auch, wo ich war. Nämlich mit meinen Männern auf der Bundeswehrschießbahn. Mhm. Was bei mir allerdings den Unterschied zu den Deutschen, zu den meisten Deutschen macht, Fragezeichen. Ich saß wenige Wochen später mit meinen Kameraden und Kameradinnen im Flugzeug nach Kabul, um dort, wie es so schön hieß, Deutschland am Hindukusch zu verteidigen. Als Atze im Podcast erwähnte, dass er am Abend des 9-11 sich tierisch einen hinter die Binde gegossen hat und er schon die ersten derben Scherze drauf hatte, dachte ich, genau so muss es sein. Manchmal kann man die gequirlte Scheiße im Leben nur noch mit Galgenhumor nehmen beziehungsweise ertragen. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich die CD Meisterwerke im Flieger gehen Osten gehört habe. Ich war mehrfach in Afghanistan und ich weiß nicht mehr genau, wann es den Gag gab, der den Hebel nicht zieht. Das wurde bei uns schnell zum Synonym für den, der nichts drauf hat, außer Zahnbelach. Leider driftet das Thema Humor heutzutage in die völlig falsche Richtung. Wenn es nicht politisch korrekt ist oder in den Mainstream passt, ist es was ganz Schlimmes. Die ganzen Flachschippen mit ihren moralischen Rechten und linken Zeigefingern gehen mir nur noch auf die Nüsse. Aber Fakt ist, dass ihr uns Troopern mit euren Gags ein paar schöne Momente bereitet habt. Nach weit über 30 Jahren Dienstzeit und viele Tagen getrennt von Ehefrauen und Kindern stehe ich in absehbarer Zeit vor der Zuruhesetzung. Das Erlebte in Afghanistan hat sich natürlich unauslöschlich in meine Gedanken gebrannt. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Schön ist aber, dass ein kleiner davon, dass, Entschuldigung, ich bin etwas aufgewühlt, wirklich. Schön ist aber, dass ein kleiner Teil davon, der den Hebel nicht zieht, ist. Ja. Ich weiß, wie ihr grundsätzlich zum Bundeswehrbefehl und gehorsam eingestellt seid. Das ist auch völlig in Ordnung für mich. In diesem Sinne, liebe Grüße, Cousine Dirk. PS, wie toll ihr seid und euer Podcast ist, muss ich ja nicht noch extra erwähnen. Nicht motzen ist Lob genug. Richtig. Ja, und was hat dich daran so aufgewühlt? Ich fand es jetzt richtig gut. Ja, mich hat aufgewühlt, dass es eben halt, ja, wir sitzen vor dem Fernseher, wir machen Sitze. Ah, okay, ja. Wir denken alles, das gibt es doch gar nicht. Und wenige Stunden später sitzen ein paar Jungs im Flieger und nicht allzu wenige und sind mit Tod, Gefahr und Leben bedroht, sehen ihre Frauen nicht, sehen ihre Kinder nicht. Die haben Angst, dass der gar nicht erst wiederkommt. Die sehen Sachen vor Ort, die keiner von uns auch nur im Ansatz sehen möchte. Ja. Und auf einmal findest du nicht nur ein Puzzleteilchen zu dem ganzen Puzzle wieder, sondern irgendeiner schüttet das über dich aus und du denkst dir nur, ach so, ach ja. Heidewitzker. Ja, und ich glaube, da sind wir wirklich... Und die dann vielleicht noch nach Hause kommen und sich von irgendwelchen Leuten beschimpfen lassen vielleicht müssen. Ich glaube, dass wir wirklich auch da tatsächlich, wie der Kanzler sagt, in so einer, hat es der Kanzler gesagt, in so einer Zeitenwende sind. Ich will mal so ein Bild nehmen, wenn du, du hast eine Kneipe und da ist auch alles schön und da läuft auch alles immer richtig wunderbar ab. Aber da kommt jetzt neuerdings, jeden Freitag, kommt so ein 2,10 Meter Bulle da rein mit einem 56er Oberarm und haut erstmal dein Angestellter auf die Fresse und schmeißt einem noch Flaschen durch die Gegend. Und dann kannst du noch so pazifistisch drauf sein. Irgendwann musst du was unternehmen. Und da können wir noch so friedensbewegt sein und natürlich ist unser Bestreben in Frieden zu leben. Aber wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, dann musst du auch wehrhaft sein. Ja. Und das ist leider, ich habe mit der Realität nicht viel am Hut, wie du weißt, aber das ist halt dann eben auch real. Wenn eine Bedrohung real wird, muss was unternommen werden. Und das ist es ja, was mich so auffühlt eben halt. Das gibt immer, du erlebst was, aber ein anderer muss das ausbaden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind ja damals, alle meine Kumpels, die zur Bundeswehr gegangen sind. Ich wette mit dir, die Hälfte wäre nicht gegangen, wenn sowas vor der Tür gestanden hätte. Ja. Aber alle natürlich große, aber alle natürlich große Fresse gehabt. Ja. Und Dirk, ich bin Zivildienstleister gewesen, ja, aber ich habe nichts gegen die Bundeswehr. Ich hätte, würde es nie wagen, mich über, oder ich würde es nie, ich würde mich nicht über einen Soldaten lustig machen, der sich dazu entschieden hat, das zu tun. ich finde da eben halt nur, dass es das auch, was ich gemacht habe, geben muss. Ja. Ja. Und ich habe mir das, weil vielleicht, naja, habe ich es mir einfach gemacht? Nee. ich wollte genau das machen und ich kann jeden verstehen, der genau das macht, was Cousine Dirk macht. Ja, ich sage einfach mal, Dankeschön, Dirk. Ja, ganz genau. Und das finde ich einfach toll, das ist das Tolle an diesem Podcast und das, dass die Jungs dann da unten sitzen und ihr, dir zuhören und das, was wir verzapft haben und sich darüber gefreut haben, das ist, geiler geht es doch nicht, oder? Ja. Oder dass das da unten so ein Trost war oder, ja, Hammer. Ich bin der deutsche Bob Hope. Der fuhr ja gerne mal zur Truppenbetreuung. Ja, auch nach Vietnam und so. Und hatte seinen Head-Autor immer dabei und Bob Hope war dafür bekannt, selbst all den Nummern immer noch mal wieder zu verbessern. Ja, ich weiß schon, in welche Richtung das geht. So nach dem Motto, Hone, du safferst schön, aber wenn wir dir eine Truppenbetreuung machen, dann habe ich dich am Arsch. Ja, still, gute Idee. Da habe ich gar nicht dran gedacht, in meiner heutigen Verpeiltheit. Da kommst du schön mit. Ja, ich würde mal sagen, im Herbst mal schöne Woche Kabul. Ja, da sind wir ja nicht mehr. Lustspielhaus, ja, oder der Irak. Aber jetzt mal ganz im Herbst. Das soll ja jetzt auch zum wirklichen Touristikland ausgebaut werden. Ja, habe ich auch gelesen. Aber jetzt mal. Schöne Woche Basra. Ja, kannst du dir das vorstellen? Könntest du dir das vorstellen? Das zu machen? Ja. Achso, du meinst, da am Hindukusch unsere Freiheit verteidigen? Nee, nee, nicht Freiheit verteidigen, aber tatsächlich die Truppe besuchen. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann spielen. Ja. Okay, also dann länge ich mich aus dem Fenster. Wenn du mitkommst, komme ich auch mit. Sehr gut. Sehr gut. also da wollen wir doch mal sehen. Ja, du Scheiße, ich nehme alles zurück. So, apropos zurücknehmen. Ja, ja, das ist eine, also eine schöne Zuschrift. Die klingt, als hätten Till und ich uns die ausgedacht. aber die ist einfach Hallo zusammen. Das war dann heute die letzte Folge für mich. Immer schön Toleranz von anderen einfordern und Menschen, die nicht gendern wollen, als dumm und blöd zu titulieren. Geht gar nicht. Macht euch mal Gedanken zu eurer Einstellung. Das könnt ihr veröffentlichen oder auch lassen. Es grüßt euch die ehemalige Cousine, jetzt kommt's, Hans Werner. Das klingt wirklich, als hätten wir uns das ausgedacht, oder? Ja, und vor allen Dingen, ich hab's mir durchgelesen und hab gedacht, hä, wer hat das denn überhaupt? Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern. Dann wollte ich mir die letzte Folge nochmal anhören und hab mir gedacht, naja, kein Bock. Ich hab's tatsächlich kontrolliert. Echt? Ja, und wir haben überhaupt Wer war's denn? Man hört ja auch immer das, was man hören will. Ja, wir haben das Thema gestreift eben mit Bayern und deinem Lieblingsministerpräsidenten. Ach so. Ja, wo ich gesagt habe, ach so, ja. Ja, aber wir haben andere zusammengemacht. Wir haben nichts, Leute, die nicht gendern wollen, als dumm und blöd verkauft, sondern wir haben gesagt, das soll doch jeder machen, wie er will. Ich hab, glaub ich, gesagt, dass gendern, also sich Sprache nicht vorschreiben zu lassen und dann aber anderen vorschreiben, wie Sprache auszusehen haben, dass ich das reichlich blöd finde. Ja, das hab ich gesagt. Glaub ich. Da bleib ich auch bei. Jetzt fällt mir nicht mal mehr der bayerische Ministerpräsident ein. ja. Söder Stream. Immer. Wir brauchen jetzt ein Stoppschild für Putin. Ja. Ja, dem Söder ist das doch auch scheißegal, aber kann er halt gut mit Punkten bei der CSU, ne? Nein, wir haben nicht Leute, wir haben gesagt, das soll jeder selber wissen, aber das zu verbieten ist halt blöd, ne? Ja, und es wäre da schade, dass du das alles nicht mehr hörst. Ja, aber ich sag's mal ganz diplomatisch, Hans-Werner, bleib einfach weg. Ne? Ja. Wir werden dich sehr vermissen. So, hier schreibt uns Bauer Kemper. So. Auch brandfrisch. Moin, Chef Cousine. Leider kann ich mir die Lobhudeleien nicht ersparen. Über Jahre freue ich mich, jeden Freitag euren Podcast beim Traktorfahren auf den Ohren zu haben. Er steht da und verpasse keine Folge. Aktuelle Themen von Spaßig bis Ernst garniert mit Humor bei fast jedem Thema. Denn wie sagte mein Lateinlehrer, Herr Dabmann schon, ein bisschen Spaß muss sein, auch auf einer Beerdigung, sonst geht da irgendwann keiner mehr hin. So, man hat ja automatisch zu jedem eurer Themen eine Meinung und könnte eigentlich zu jeder Folge etwas schreiben. Ja. Ich möchte mir jetzt aber den leichten Hang Azis zur Präferenz der veganen Ernährung herausgreifen. Ja, oh ja, 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 vom Erzeuger jetzt direkt. Oft wird das mittlerweile mit dem Schutz des Klimas gleichgesetzt. Das ist leider zu kurz gesprungen, da man die Landwirtschaft beziehungsweise Nahrungsmittelproduktion dahinter als System betrachten muss, das an einigen Punkten auch für den Menschen nicht nutzbare Produkte erzeugt. Als einfachstes Beispiel sei hier der Treber als Rest aus der Brauerei genannt, der ein ideales Futter für Kühe abgibt. Ideal ist daher eine, pass auf, jetzt geht's los, ideal ist daher eine omnivore Ernährung, in der man über den Anteil tierischer Produkte aber durchaus diskutieren kann. Kannst du mal omnivore Ernährung googeln? Und noch etwas zum Klimaschutz. mit dem Treibstoff, der für dich vom Flugzeug für die Überquerung des Atlantiks verbraucht wurde, kann dich ein Landwirt sechs Jahre lang ernähren. Ich könnte jetzt noch sehr lange so weitermachen, aber als Landwirt habe ich leider viel zu tun und muss jetzt wieder an die Arbeit. Die Tiere quälen sich nicht von alleine und irgendwer muss ja auch Flüsse und Grundwasser mit Pestiziden und Gülle vergiften. Wir sehen uns im Dezember in Attendorn und wehe, ich habe hinterher keine Bauchschmerzen verlangen. Wenn du oder ihr das Thema vertiefen möchtet, können wir das gerne hinterher in meinem Speak Easy einen Katzensprung von der Veranstaltung entfernt machen. Hochachtungsvoll, eure Cousine Camper aus dem Sauerland. Ja, guter Hinweis, guter Hinweis. Also jetzt eben schnell ergänzt, wer beim Essen Ja zu allem sagt, darf sich als omnivore oder Mischköstler bezeichnen. Klingt deutlich kultivierter als das Wort Allesfresser. Also omnivore ist ein Allesfresser. Ah ja, okay. Ja, Bauer Camper, wunderbar. I agree. Ich wetter ja, ich betone immer, dass das jeder selber wissen muss, wer sich ernährt. Für mich, auch aus gesundheitlichen Gründen, war das der richtige Schritt, auf vegan zu wechseln. Aber unser großes Problem ist eben die Massentierhaltung. Ja, Wenn er dann schreibt, den Anteil tierischer Produkte aber durchaus diskutieren kann, dann ist das ja der Ansatz. Genau, genau, und wenn es so super industrialisiert ist, dass man auch schon gar nicht mehr weiß, wohin mit der Gülle und so, da sind ja speziell genau diese Bauern wie Bauer Camper eben ausgenommen. Das meine ich ja. Wenn wir von der industriellen Produktion vom Fleisch wegkommen, da ist doch schon viel erreicht. Nein, im Himmels Willen. Bauern, die noch richtige Höfe haben und da die, ja, auch die Bevölkerung eben mit dem Notwendigen versorgen, hoher Respekt. Also er fühlt sich ja auf meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht angepisst. War ja auch sehr locker geschrieben. Ja, es war spaßig geschrieben, durchaus Selbstironie. und ja, so gehen Zuschriften auch, oder? Das wollte ich nur. Ja, stimmt. So geht das auch. Ja. Dass man diskutiert, dass man sich, dass man sagt, pass mal auf, das und das ist alles gut, können wir drüber diskutieren. Wir müssen das und das hier aber auch beachten. Ach ja, manchmal. Und wir haben was gelernt. Omnivore Ernährung. Alles Fresser. Top. Werde ich demnächst einfach mal wieder so typisch. Das ist doch wieder so typisch omnivor. Ja. Einfach nur Achsel zucken, einfach irgendwas reinwerfen und sagen, ja, dann können wir hier an der Stelle abbrechen. Können wir die Party hier abbrechen. Dann ist, dann ist auch irgendwo, irgendwo ist auch mal gut. Mein Lieblings, mein Lieblingsargument übrigens. Irgendwo ist er nun wirklich auch mal gut. Ich habe keinen mehr. Ich habe keinen mehr. Ich auch nicht. Da können wir direkt mal zur Musik kommen. Ja. Und was hast du denn da? Al Green habe ich hier. Ah, du Motherfucker. Geil. Al Green. Eine, ach, so eine soulige Stimme. Blues und Soul. Ja, der Reverend. Der Reverend. Sänger und Prediger in Arkansas geboren, 46. Und dann nehme ich den Liebeskummer-Song How can you mend a broken heart? Wie kann man ein gebrochenes Herz heilen? Und da jetzt mal schnell noch die Frage zwischen gefragt, ohne dass du sehr weit ausholst. Hattest du schon mal so richtig Liebeskummer? Ja. Ja. Also so wie der Song das eben dann auch beschreibt. Ja. Ja, reicht mir. Ja. Ja. Unbedingt. 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 Und ja. Ich weiß noch, wie mein Sohn mit 16 Jahren damals vor mir stand, in Tränen aufgelöst. Ja. Und mich fragte, Papa, tut das, tut das, warum tut das so weh? Tut das immer so weh? Und ich ihn einfach nur in den Arm genommen habe und gesagt habe, ja mein Junge, das tut immer so weh. Ja. Und mich einfach gefreut habe, dass ich ihn trösten konnte. Ja. Auch gut, oder? Auch gut. Ja. Ich nehme einfach eine Nummer, die ich durch Zufall gehört habe und ja, The Mighty Quinn von Manfred Mann. Ah! Habe ich live gesehen in der Kölner Sporthalle damals. Ja, die Version von Manfred Mann einfach aus den 60ern und die ist einfach so fröhlich. Es ist einfach so, kann mich dem nicht entziehen. Ich war neulich etwas grummelig unterwegs, fahr so vor mich hin, draußen regnet, es schallert und auf einmal gehörst du im Radio dü 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 dü. Aber das war, das war noch nicht Chris Thompson, der es gesungen hat, ne? Ne, das war nicht, das, das war später Manfred Manns Earth Band. Genau, und ich habe es, ich habe die Nummer gehört mit Chris Thompson als Sänger. Ah, ein tierischer Sänger. Ich meine aber hier die, die ganz simple mit der Querflöte aus den 60er Jahren etwas einfacher als Klaus Vormann noch Bassist bei Manfred Mann war. Wer war das denn noch mal? Ja, so, wer ja das nicht weiß, der muss sich ja alle 233 Folgen durchhören. Ja, aber da muss ich auch mal sagen, so, ich weiß um die Genialität der Beatles und wie viel Popmusik und Rockmusik auf die Beatles zurückzuführen ist, aber hörst du noch Beatles? Ja. Ja? Spielst du mit deiner Band auch Beatles? Ja, immer und immer wieder. Was denn? Was spielt ihr denn da? Für mich einer der drei besten Beatles Songs überhaupt, für mich überhaupt einer der besten Songs der Rockgeschichte überhaupt Come Together? Ja, der kann man leider nichts gegen sagen. Der ist sogar von so vielen Jazzmusikern gecovert worden. Ja, der ist echt oft gecovert worden. Du könntest, du könntest, ich könnte dir jetzt zwölf interessante Versionen dieses Songs zusammenstellen, von den anerkanntesten Jetzern bis zu was weiß ich nicht alles. Ja, das ist ja auch der Unterschied. Du wirst nie hören The Rolling Stones played by Herbie Hancock. Ja, okay. Aber du wirst auf jeden Fall ein Herbie Hancock ein Beatles Lied spielen hören. Come Together, das ist wahrscheinlich auch mein Lieblingssong. Boah, ist das ein Höllensong, ey. Ja, das ist ein Höllensong. Und da muss man doch auch wieder den Drummer loben. Ringo! Ringo ist da. Heute geht gar nichts mehr mit Namen. Ich muss über die Gesichtserkennung erstmal drüber wegkommen. Ja, Wahnsinn, ne? Er hat wirklich den Song auch zu was Besonderem gemacht, zusätzlich. Absolut, alles. Das Basslick ist aufgenommen worden in die Hall of Fame der Basslicks, sozusagen der ewig, ewig edlen Basslicks. Ja. Das kannst du über den Drum Part sagen, das kannst du über den Gesang sagen, ach, das ist, aber das ist was anderes, ich nehm trotzdem The Mighty Queen von Manfred Mann, weil es mich eben mal so fröhlich gestimmt hat. Gut, dann nehm ich nächste Woche Come Together in der Version von King Ping Me. Tut mir leid. Jeff Harrison, der Sänger, der später die Texte geschrieben hat für Bohlen. Ja, bitte. Und mit, wirklich, wirklich mit Peanuts abgespeist wurde. Ja, und ich hab letzte Woche noch mit Peter Weyer, dem legendären Studiogitarristen zusammen gesessen, der mir erzählt hat, dass er die Gitarre bei Yomaha Yomaha So gespielt hat. Na bitte. Na bitte. Auch der Bohlen braucht ab und zu mal echt eine Musiker. Ab und zu ist gut. Kirchweihe, ach Gott. Ja, und so fällt alles wieder zusammen. Wir können jetzt hier immer weitermachen und immer weitermachen. Aber Herr Doktor, ich verordne Ihnen jetzt strenge Bettruhe. Schwester Angelika wird sich aufopferungsvoll um sie kümmern. Ja, ach so, wenn du so drüber bist, so wie ich jetzt, dann zahlt ja alles, was überhaupt passiert, jeder Atemzug, jede Tasse Kaffee, jedes Glas Wasser, alles, zahlt direkt auf dein Sexzentrum ein. So viel Adrenalin und ich muss mir gleich noch alles durchlesen, warum ich jetzt auch an gar nichts anderes mehr denken kann. hinterher noch eine ganz wichtige Rätselfrage noch zum Abschluss. Wie ist noch mal der Gitarrist von Santana? Jimmy Hendrix, nicht so viel Jimmy Hendrix, ne? Kein Kaugummi. Kein Kaugummi, Hälfte deutschsprachig. Atze, ich wünsche, dass du irgendwann zur Ruhe kommst. Zur Ruhe kommst. So, wo ist Spatze jetzt hier? Komm. Können wir unten frei machen. So, oh Gott. Ja, einmal abhorchen, bitte. In dem Sinne. Einmal husten hier, abhusten. Augen zu und durch. Auf Wiedersehen. Bis später. Auge zu und durch. Was? Küss die Möhre oder was sagst du immer? Auge zu und durch. Ja, so hieß doch das, die Autobiografie von Karl Dall. Auge zu und durch. Ich dachte von Frank Elstner jetzt. Das Nasauge. Oh Gott. Wir verheddern uns. Wir verheddern uns hier. Das ist dieser Zustand. Ja, die großen Moderatoren. Frank Elstner. Karl Dall. Dann Wolfgang Lippert. Ja. Und natürlich Elton. Auf der A3 Elton Richtung John kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Bitte weichen Sie großräumig aus. Ja, mach's gut. Also küss die Möhre. It was a pleasure. Bis dann. Tschüss. Ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.